Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft die Wii U Edition Ja wir sind wieder da mit unserem Creeper Bosa hier und Tag Rudi! Unser Hund Rudi, wer kennt ihn nicht, wer liebt ihn nicht? Jeder Ähm Ja heute wollen wir für ihn, heute in diesem Part widme ich nur unserem Freund Rudi hier denn wir wollen heute ihm mal eine Hundehüte spendieren und da wir fast kein Holz mehr hier drin haben Ich muss mir Wir haben Äh ja, was haben wir denn? Irgendwas muss ich mir hier jetzt mal zusammensuchen Wir haben wieder rohs Fleisch, Fleisch Können die Willen, ne du bekommst das nicht So unsere Hühner hier, ne, sind alle wieder am Start So, wir brutzeln dieses Fleisch hier extra nicht, denn unser Metzger will das ja haben Du da Und zwar für so ein Emerald und dafür willst du das und das und das und für Kohle Willst du auch das? Kriegst aber erst, achso hast du gar nicht hier, dann kriegst du nur das da Freust du dich? Hä, wo bist du hin? Ja, freust du dich Was hast du jetzt? Hast du was Neues? Nee Aber wir können uns jetzt was kaufen Vielleicht bringt uns ja eins weiter, wenn wir das hier kaufen Danke sehr Bleibst du wohl hier Und jetzt? Hast du was Neues? Nee Hat nichts Neues, aber wir haben jetzt wenigstens etwas zum Besten, ganz Was willst denn du eigentlich? Du willst Nee, du bist eigentlich Units Ah, ja, du willst das hier haben Für zehn Stück Und acht Eisen für eins Und dafür sieben Zehn oder sieben? Keine Ahnung Ja, was zum? So, beim letzten Mal hatten wir einen kurzen Abschluss schon das Mario Texture Pack Aber ich hab fast nix erkannt und alles war irgendwie beschissen und deshalb Lass uns einfach So Rudi Rudi Ich bin hier Rudi Rudi Okay Mann, diese Eiche hier stören mich So, jetzt sind sie weg Schweinefleisch Du musst da rein, ich will das nicht, ich ess das sonst noch Du musst doch irgendwann mal zum ersten drin Äh, äh, irgendwo Holz drin sein Oder hier ist doch Holz Da Ich hab doch mehr genommen Ah, hier Ähm, so Ja, du darfst auch gerne mitkommen, wenn du willst Aber du musst dann nur halt irgendwie hier rauskommen Nein, nein Was macht dieses Huhn hier? Rudi Ja, ja Ja, danke sehr Tür zu Und ich schließe jetzt hier ab Upsi Äh, ja, so haben wir auch abgeschlossen So, Rudi Wo bauen wir denn deine Hundehütte? Hier, oder? Ja, machen wir erstmal Platz Oder in den Berg, oder? Hä? Rudi, willst du eine Hütte im Berg haben? Wird da hinten? Ne, da hinten bauen wir doch hier keine Da, da, da Hä? Wohin denn? Zeig mal, wohin du die Hundehütte haben willst Da hinten hin In den Berg Okay, dann bauen wir sie in den Berg rein Oh, guck mal Da ist ja hier schon so was geleitet hier Ach, da haben wir unseren Pilz gezüchtet Ja, da brauchen wir nicht mehr So, ja, Rudi Ach, was mach ich denn da? So, du darfst dich gerne hier reinsetzen Rudi Ja, ich weiß Ja Nein, bleib hier! Ja, fein Nein, wo willst du denn hin? Na gut, dann läuft halt irgendwo weg Ist mir egal Ist mir egal Ist mir egal Egal Ist mir egal Egal Der freut sich hier, wa? Ja Ja, ja Unser Villager da hinten steht Der steht da am Balkon Und wartet hier auf Kundschaft Ja, 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 ja Mein Kind Ich meine, seit 3000 Jahren Habe ich hier keine Kundschaft mehr Er wartet außer diese komische Böse Have you three Bowsers? Mario, go fail Okay, jetzt reicht es wirklich Bei Mario Kart 8 mache ich auch immer solche Witze Ich glaube, ihr habt die Parts nicht mal gesehen Wo ich das so gemacht habe Mario, go fish Wie sie sagen, Digga Dein, Digga, Fishing No, Mario, go fish Ah, jetzt stehst du endlich mal da So, da kannst du auch bleiben Ähm Ne, komm, dort machen wir noch eins weiter Rudi Dir fällt alles auf den Kopf Oh, Entschuldigung, Entschuldigung Entschuldigung, Rudi Jetzt habe ich kein Rotten Flash dabei Hier, willst du das auch? Bitte sehr Nein Ich schlag den einfach da mit der Angst Gleich wäre er Gleich ist er tot Ihr kannst doch Wer hat das da hingestellt? Äh Wo habe ich das jetzt reingetan? War das nicht hier? Wo habe ich das reingetan? Mein Hund stirbt gleich Ist auch nichts Hä, wo ist es? Muss ich jetzt hier alles wieder absuchen? Das ist doch nichts Ach doch, hier Ja Okay Ja, bam Rudi, kannst du dich bitte mal stellen? Sonst ziehe ich hier Achso Ähm Ja Weißt du was? Du kannst jetzt mal mitkommen Und zwar ganz schnell Kannst du mal mitkommen nach oben Ähm Wo Ja Und da ist ja unser Rudi hier Ne, das ist ja unser Sonny Ne Ja Bam Und steh auf Und da haben wir schon Grassy Nicht crazy Sondern Grassy Oder so So Du Ne Ne Du bleibst hier Genau Du sollst nicht nach unten Gehst jetzt Gefallen es wieder da hoch Ich kann dich mal mit der Leine ziehen So Moment Kommt jetzt alle mal hierher Ja, ja Und Bam Komm bitte Komm Komm, komm, komm Hier kommst du jetzt mal Faulach Ich wollte schon gerade Kötert sagen Ich hab Hunger Iss, iss, iss Und er stinkt nicht Oh, das teilt sogar vier Du Na gut, du kannst jetzt hier sitzen bleiben So, Rudi Und Co Kommt jetzt mit nach unten Ah Aber noch nicht so steil So Wie kriege ich die eigentlich gleich ins Haus rein Oh, egal So, eins breiter noch, oder? Ja Das hier noch weg Habt ihr die erste Sendung von DSDS geschaut? Dieser, äh, Maxim hieß er, glaube ich Oder Maxim, oder Wie man auch immer, wenn man das ausspricht Ich glaube nicht Maxim, sondern Maxim Mit K-Y wird das geschrieben Maxim, oder so Ja, der, 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 ja Wie der einfach da reinkam, ne Ach ja, was haltet ihr eigentlich davon, dass Shirin in der, äh, äh, Shirin in der David sitzt Äh, dass Shirin jetzt in der Jury sitzt Also Shirin David, wer sie nicht kennen sollte, ist auch eine YouTuberin Ja, ich kenne sie halt auch dadurch, ähm, wegen Melina Ich schaue ja auch Melinas Videos Und Ja, früher waren die halt noch Freunde Ich weiß nicht, wie es heute ist Man hört ja nichts mehr von Shirina So Ja, wenn du willst, so kannst du mal hier in dieser kleinen Berghütte wohnen Hier kannst du dich nicht setzen Ah, doch Du wirst, der, wisst du, äh, wer bist du denn überhaupt? Du wirst, äh, Mülli Du kennst Mülli sein, oder so Ich glaube Ach nee, es gibt kein Grasi Es gibt, äh, Waldi, ja Der ist nämlich nicht im Gras, sondern im Wald, ja Und, äh, ich meine, bleibt erstmal so Und hier unser Rudi Und dann komm, du kannst auch da bleiben So Aber hütet euch für den komischen grünen Fächer Obwohl ich sehe heimlich genauso aus Hütet euch für jeden, der sonst sieht, wie ich Zum Beispiel der da vorne Na, komm mal her Dam, dam Was, nur zwei Schläge? Okay, noch irgendjemand Der sonst sieht, wie ich Mein Doppelgänger Nein Du, was hast du gesehen? Du hast also nichts gesehen, ja Das soll ich dir wirklich glauben Du schaust zu jemalig auf den Boden Ah, mein Eisen ist fertig, oder? Ja Haben wir hier vielleicht noch Eisen drin? Und wenn wir das dann ja auch verkaufen Nein, ich sehe da nichts Und hier Da ist auch ein, ja, ein Eisenklumpen Das ist drin Schon wieder das Bett in der Hand Schwert, Schwert Das Bett Und er stürzt schon wieder aus mit Wir haben das Bett im Schwert Ja, 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 ja Ich will jetzt mal so ein Banner herstellen Vielleicht gibt es da viel Erfolg Obwohl wir eigentlich nicht Ich glaube, wir brauchen einfach nur das und Aber wir haben sowas, ja, da 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 Bam Jetzt haben wir einen Banner Und dann steht hier Banner wählen Schwarze Banner Jetzt haben wir den hier Und dann können wir jetzt irgendwas machen Wir können es zum Beispiel da hinhängen oder so Oder hier, als Gardinen Kennen wir das? Wir können es sogar als Gardine benutzen Das ist doch was, oder? Kann man es so als Gardine benutzen? Ja, kann man dazu machen Ist doch nice Aber wir kriegen das Ding wie ab Einfach so Ja Da können wir es hinhängen Bam So, wir haben jetzt eine Gardine Mit schwarz Und hängt einfach in der Luft Aber das ist ja bei Minecraft normal so, ne? So Also, dann machen wir hier weiter So Und, wie ist es gelaufen? Ne, komm Ich darf hier Ne, 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 ne Du bleibst jetzt da sitzen Ich hab Angst um dich, Rudi Nicht, dass der am Ende noch stimmt Und das ist wie wenn es gleich liegt Der Hund Der so, glaub ich, auch gestorben, weil er ihn geschlagen hat Ich bin ja aber ein Tier lieber Mensch Ich schlag keine Hunde Ich schlag sie nur mit der Spitzhacke Das war aus Versehen Ich hab den nicht gesehen Und wenn ich reibe, muss man mir glauben Ja, Rudi, ja Du schenkst mir Vertrauen Und du kleiner Stippi auch So, dann müsste aber jetzt wirklich reichen Jetzt machen wir das hier mit dem Holz voll Das ist nicht dein Ernst, oder? Achso Ich dachte schon gerade, das wäre mein einziges Holz Aber ne, wir haben hier ja noch Müsst mir das auch sagen, Leute Und mich feiern Wenn ich sowas hier mache Ja, 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 ja Meldet diesen Kanal auf YouTube Äh, nein, 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 bitte nicht Wie krieg ich jetzt den Hund hier weg? Bewegt den Ups, ups Ja, genau, das hat passiert Ja, das ist auch Heute ist Freitag der 13er Ich will's nur Oh, jetzt hätte ich Jetzt hätte ich fast Jetzt hätte ich fast mit der Angst geschlagen Mit der Hand, so Komm jetzt mit Komm her Ja, hier geht zu Geht zu Daddy Geht zu 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 Du faules Vieh Steh mal auf und geh da hinten hin Guck mal hier, der berührt sich Der berührt sich kein Zentimeter Kein Millimeter So Wann sagst du jetzt, Herr? Wo ist er hin? Nein, der ist weg Der darf man nicht Ups auf sich Die Gnase lassen Jetzt ist er einfach weggerannt Ah ne, da bist du ja Versteckst du dich im Gras? Ja Ich kenn deinen Trick Jetzt stehst du da im Weg, ich glaub's dir nicht Na warte, du kommst jetzt hier mit Ich hab kein Mitleid mit jungen Welpen So, du bleibst jetzt hier mit in der Wildnis stehen Mann, Mann, Mann So Und du kümmerst dich gefälligst herum Ah, guck mal, der geht schon freiwillig hin Er haut schon ab Rudi haut schon ab Er hat keinen Bock mehr Obwohl die werden Ja, da bist du ja Hast jetzt deine Runde gedreht Jetzt stehst du auch im Weg Weißt du was? Runter da Oh Upsi, hab ich nicht gesehen Oh, das muss jetzt noch reichen Natürlich reicht's grad noch so Aber wirklich grad noch Na gut, jetzt reicht's nicht mehr Wunderschön Ja, das ist jetzt, äh, Rudis kleine Hunde Hütte, äh, und, äh, ja Die Tür bleibt zu Hast du das verstanden? Also ja, sehr gut Die Tür bleibt zu Nein! Nein! Die wollen alle da rein Wenn sie zuerst flüchten sollen Dann wollen sie da rein Ich dachte grad, da steht jemand Sieht bisschen so aus von hinten, ne? Aber nur ein bisschen Was wollt ich jetzt grad machen? Achso, Teppich wollte ich herstellen Ähm, jem, jem, jem Ach hier Ne, Wolle Ton Ach hier ist Oh, das kann man sogar auch herstellen Ah, hier ist es Das hab ich ja letztes Mal gesucht Okay Mh-hmm Lass, nee, ich will Teppich Hier! Ah, zweimal Wolle Okay, das heißt Mamas Rot Ja, wir machen's Rot Haben wir rote Farbe da Nee, 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 nee Nee, 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 rot Ähm, dann brauchen wir jetzt noch Weiße Wolle Haben wir ja genug Obwohl, nee, haben wir nicht Wir haben nur 55 Warum? So, jetzt muss ich das irgendwie färben Das geht Mann, ich hab alles verlernt Wo ist denn das hier? Wolle Nee, ich will rote Oder blau? Nee, 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 rot Oder es wäre besser Erstmal das herzustellen So Und dann können wir jetzt den Teppich herstellen Und zwar BAM Wir brauchen eigentlich nur drei Ich hab sonst Wir brauchen nicht viel So, kleine Spacko Nee, du, 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 du bleibst da stehen Und zwar Rudi hier, ne Der hat ja auch die Farbe rot Und deshalb passt dieser rote Teppich hier Aber nur wie Bam, bam, bam Ja, wundervoll Könnt ich das hier auch machen? Ah, gut So, das ist jetzt Rudis Ecke hier. Du kannst jetzt gerne mal hier hin. Komm, probier es mal aus. Komm, put, 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 put. Put, 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 put. Komm, Rudi. Rudi, Rudi, Rudi. Kleiner Cäsar. Was? Ja, was? Und jetzt schnell auf die andere Seite und schnell da rein und schnell da rein. Und komm schon. Ja. Komm noch ein bisschen vor. Komm noch ein bisschen vor. Rudi, Rudi. Rudi. Ja, dann kannst du bleiben. Bleib da. So, jetzt schieben wir dich noch da hin. So. Und so. So. Nein, noch ein bisschen rüber. Und so. Ja, jetzt steht er fast in der Mitte. Äh, und so weiterbendig auch den heutigen Paar. Wir sehen uns dann das letzte Mal wieder. Rudis trautes Heim ist bald fertig. Und beim nächsten Mal waren wir damit weiter. Aber als erstes Mal war es das mit der Auflaube-Session. Und das war es auch mit dem heutigen Tag. Ich gehe gleich schlafen. Wie du haben wir eigentlich? Es ist schon wieder so dunkel, dass ich mich schon nicht mehr lesen kann. Äh, ja, wir sehen uns dann also das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bestimmt schon halb zwölf. Ach so, nee, na. Ja, ja, tschüss. Ich habe mich falsch gelaufen. Ich habe mich richtig gelaufen. Weil ich ganz gut geht. Und dann habe ich auch mit diesem T. Vielen Dank.